Ich will hier nicht sein! Fuck, Kaktusmitsch! Verpisst euch! Hallo und herzlich willkommen Ladies and Gentlemen, Zeitarbeit und geschildten Runde auf Abord, zusammen mit dem lieben Michi Hallo! Oh yeah! Das wird gut, das wird richtig gut. Die erste Episode hat jetzt schon in der Aufnahme richtig krass Bock gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Klar, ich muss mich halt reinfummeln in das Game, aber ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. Es ist kein Meister von mir gefallen. Weil... Wir hatten das letzte Mal gegen Bastion gespielt. War ich ja noch, ne? In der ersten Version von Overwatch hatte er noch ein Schild. Ja, moin. Glaub mir, das war Hardcore Assi. Das glaube ich. Ja, Deathmatch! Nein, das ist kein Deathmatch, ne? Nein, das ist jetzt normal als Quickplay wieder, wo wir Punkt einnehmen müssen. Ah, ok. Machen wir. Wird erledigt! Punkte einnehmen! Pick dich, mach's schon. Fah! Achtet auf mein Geschütz! Meine ganze Arbeit! Alles gesammelt! Ein bisschen heilen können wir immer gut gebrauchen. Fack euch! Fack euch! Fack euch! Nein! Hilfe! Und tot! Alter! Ohne Scheiß Mercy killst mich! Oh, Baby! Dann hoff ich sie mir halt mal. Habt ihr kein Schild mehr? Egal! 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 Gott! Ey, ihr Pussies! Merciii! Wo bist du? Komm zu Papa! Papa will einen Hook landen! Oh, fuck! Alter! Komm schon! Mach, 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 Mach! Ah, diesmal hab ich mich übertrieben lang gehalten, man. Also so für mich gefühlt übertrieben lang, Junge. Oh, oh, ja egal. Das war ein Schwanz. Oh, fuck. Da war ein Drache. Ja, ja, man. Ich mag Drachen. Okay. Nein! Jo. Was ist denn da los? Warum geht alle auf mich? Ich bin wieder voll da. Verteile ich den Punkt? Ja, geht schon. Ich bin nicht mehr da. Wie weit bist du? 78% bei deiner Ulti. Ich hab 82. Das dauert ein bisschen. Bisschen Sneaky sein. Hi. Hast du Brot? Hi, er hatte Brot. Auf dir mehr aus Süden. Okay, doch nicht. Nein, ich bin schon drachen. Achtung. Oh, scheiße. Fünf gegen... Wow! Alter. Hart umkämpfte Nummer hier, Leute. Das ist schon eine Ulti. Nice. Die kannst du gleich auf den Punkter spritzen. Machen wir. Ich bin am Zielpunkt. Noch eine Extra-Entladung? Oh ja, okay. Wir haben schon drüber geboren eigentlich. Also die erste Runde. Die erste Runde. Läuft doch! Ficken! Easy! Die erste Runde ist unser Runde. Oh! Nein, hast du Brot? Nein, das nicht. Hast du Brot? Nein, aber dafür habe ich das hier. Hm. Oh Mann, jetzt schubst du ja gar nicht. Das dauert viel zu lange. Mit Zeit für ein bisschen Action. Nochmal. Mach mal ran hier! Oh! Machimari! Nein! Das sind mega geil, die Dinger. Äh, hier kleiner Tipp. Achtung, nicht so nah am Rand stehen. Du wirst sonst runtergehuckt, gebucht oder sonst irgendwas in der Richtung. Alles klar, danke. Okay. Aber das werde ich jetzt versuchen. Äh. Ja, wir haben eine Farrah. Ah, ein Tag! Ah! Na gut, wir haben den Punkt gemacht. Ey, auch vernünftig treffen würde, das wäre schon geil irgendwie. Ja, das ist halt schwierig. Glaub mir, jeder Held hat die Waffe ein bisschen anders, äh, von der... Ja, er liegt nicht. Ah, da liegt's nicht. Oh, ja, Hansel, zack, Hansel scheiße. Ich kann nichts treffen, Mann! Was ist denn los mit mir? Oh Mann! Der Schütz wird gegrillt! Mein Geschütz! Ihr Säcke! Nein! Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben! Ach, fuck, man. Was will Uncharted? Okay. Ah, das sind deutsch auf jeden Fall. Quixel und Uncharted und 80. Die sind deutsch. Komm mal drauf. Alter, komm her! Alter! Oh, Tene! So ne Scheiße! Nein, nein, nein! Verpisst euch, verpisst euch! Nein, ich will nicht! Bitch, you are mine! Okay. Oh, oh, oh. Nämlich in die Mange. du schützt euch die Eltern! Ja, ha, ha, ha! Driver! Aua, au, 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 au. Sein Public perditionert ist nG. Lucille! Okay. Ter PPE perditionert ist exempt. Überladung. Boah, fuck. Ja. Hahaha. Alter, das bockt so haarkoll. Oh ja, glaub mir, es gibt immer noch fiesere. Aber ich wechsle jetzt. Och. Die kriegen jetzt hart auf die Fresse. Ach was. Die, nicht wir. Glaub ich ja auch was. Mehr als nur hart auf die Fresse, die blimme Ficker. Mhm. Komm runter. Kann mich jetzt 20 Minuten nicht heilen, aber egal. Achtung. Ja, da denke ich aber viel zu weit oben drüber. Uuuuh, Junge. Ciao, Hanso. Dein Geschirr, dein Ernst? Hahaha. Ich hab grad noch so die Fresse, haben wir in die Fresse geweint? Stopp. Totischer. Hahaha. Ich feier das grad irgendwie ab. Oh, ein Zusammenspiel. Zwei Zusammenspiel. Alter, wie das hetzt man. Ja, macht Spaß, glaub mir. Oh, der hat 200 gebucht. Deswegen sag ich da immer aufpassen. Ah. Das sind Geschirr, Kills. Aha. Jajaja, du Kleiderschlinge. Wir setzen kleinen Cut und sehen uns gleich zum zweiten Match. Bis gleich, Freunde. Tea Time. Hallo. Ja, moine. Gönn dir. Hahaha. Ja, glaub mir, es gibt GANZ viele hützige Molds. Hahaha. Zwei. Eins. Aufpassen, oben. Ein Gangolini war da. Moira's AFK, jawoll. Leid. Ah, komm her. Geil. Auja, da wurde ich halt gefützt. Gehne, mehne, mehs. Der erfährt dich, er füstet mich. Setz mal dein Geschütz bei dir irgendwo hin, ne? Ja, hatte ich vor. Ich muss nur warten. Genji kommt, Achtung. Und Missaria. Ui. Ui, Junge. Wow. Ja, klar. Ey, die bombt mich da zu dritt oder so aus der Bude raus. Was ist mit dem Verkehr, Mann? Hahaha. Hallo, ich bin Anfänger. Ihr müsst mich lieb haben. Hallo. Ist leider nicht so easy. Ne. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Fuck, Kaktusmitsch. Verpisst euch. Egal. 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 Scheiß drauf. Und dafür, weiter geht's. Kleiner Tipp, wenn die Saria eine Bubble hat, nicht drauf schießt. Wo war ich nochmal? Sonst boostet du sie nur und sie bekommt dadurch mega den Ultrasch. Okay. Also am besten alles, wo eine Bubble drüber ist. Nicht braucht wohl lang. Okay. Merci. Komm her, du Fotz. Hahaha. Wieder ein Bubble. Mein Geschwiz. Ja, deine Mama. Hahaha. Sie ist auch voll schockt. Ey. Deine Mutter lutscht in der Hölle im Himmel. Keine Wahrsein, ey. Und los geht's. Klingt sehr begeistert. Goldheilung, du Snitch, Mann. Moira, tu mal deinen Job und heil. Ja, es kann nicht wahr sein. Normalerweise tut Moira einiges mehr heilen als Anna. Und ich habe Goldheilung. Das ist nicht in Ordnung. Ah. Schau. Okay, einmal bitte können wir sammeln, alle. Tja. Na, 60 sind los, gehämmert. Dann halt nicht. Du Snitch, Mann. Ich bin nicht heil und du ver... Ich krieg's kotzen, ich sag's dir. Nö. Ah, fuck! Oh, fuck! Jawohl, jetzt müssen wir da zum Aufm Punkt, sonst haben wir die... So viel zu bauen, so viel zu kommen. Er wird ja verstanden. Oh, guck, 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 guck. Schau, schau, schau. Ja, fickt euch, nein, nein, nein. Kämpft! Ja, fickt euch. Oh, leck. Ach, scheiße. Ja, fickt euch, nein, nein, nein. Nein. Nein! Warum dreh ich mich denn nicht um und mach den weg, Mann? Ich hätte den nur anwichsen müssen. Kacke! Trottel! Nein! Scheiße. Oh! Da kommt nur ein GG. Mehr nicht. Fick dich, du waschkacke. Ihr wart alle scheiße, da. Wow! Also, außer wir zwei. Ist ja klar, ne? Ja, ja, ja. Das, äh... Ne, aber guck dir mal unser Team an. Ohne wird's, die haben echt nix gebacken gekriegt. Das hast du erst nur mir geschrieben, ne? Egal. Egal. Ach, scheiße. Gut, aber nichtsdestotrotz. Ladies and Gentlemen, wir sind am Ende einer Episode angelangt. Wenn's euch gefallen hat, überhaupt ne positive Bewertung. Ja, bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer schön mit dir und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Auf Wiedersehen!